So, willkommen zum ersten von Freedom 2, also zum ersten Level. Ist das jetzt korrekt? Nein. So, das hier ist es. Okay, natürlich, neues Let's Play, halt auch mit dem neuen GZ-Doom. Alles andere wäre ja quasi wahnsinnig. Äh, ja, dann halt Freedom 2. Und das andere bleibt. Ach ne, ja, halt. Brutal-Doom, ich sag mal, das geht jetzt auch mit der aktuellen Version. Ähm, auch wenn es da, glaube ich, mit dem Ding hier noch ein bisschen Probleme gibt, mit dem, äh, mit dem hier, mit dem, also hier mit dem hat, 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 gut, hat, hat. Ja, werden wir ja sehen. Das mit den Karten funktioniert, glaube ich, wieder nicht. Ich glaube. Keine Ahnung. Ja, ähm, ansonsten. Ist das alles andere richtig? Ja, alles andere ist richtig. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, willkommen zu Freedom 2 Let's Play Level 1. Ähm, ja, ja, Overviolence, ja. Ähm, no, Freedom 2, ach ach, was schreibe ich denn hier? Free Doom 2, Brutal-Doom 21. So, IDFA. Ja, genau. Ah ne, IDKFA. Oh, das funktioniert doch, mit den Karten. Was hat der denn? Ach ne, Quatsch, das war ja, war, war ja bei Project Protality. Ja. Bei der neuen Version von Project Protality, da klappt das mit dem Hack nicht mehr, da funktioniert irgendwas nicht. Ja, gut, so gesehen, haben wir alles. Gut. Dann, das gewünscht wie immer. Okay, okay. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Was? Was? blaue rüstung das enthält mir tatsächlich schlicht nein, ich habe meine Schanke getan Eine Kettensäge wäre mir lieber, wobei ich ja bei Brutle Doom sowieso nicht mit den Nahkampfwaffen kämpfe. Von daher ist es auch schon ganz egal. Komm her. Wow. Wow. Oh. 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 merkt man, dass ich Free Doom 2 bisher noch kaum gespielt habe. Es gibt immer wieder Sachen zu entdecken. Das ist schön. Hey, wo war denn jetzt gerade die neue Rüstung? Ach da! Ein Scheiter! Was hat er gemacht? Außer gar nichts. Keine Ahnung. Es gibt aber auch nur zwei Secrets. Na gut, komm. Gib ein Ziel. Oh ja, auf das Level freue ich mich schon richtig. Ah, Kacke. Das Level wird spaßig. Gut. In dem Sinne, das war das Feilchen. Ich brauch das da. Schaum mit V.